Ich möchte dir an dieser Stelle nur kurz zeigen, dass das Samsung Galaxy S23 bereits zwei Wochen nach Verkaufsstart schon im Preisverfall ist. Ich habe nämlich hier bei Ebay den bekannten Händler iCoff66 gefunden und der bietet das Galaxy S23 Ultra mit 256 GB schon für 1099 Euro an. Aber das war noch nicht alles. Du hast sogar noch hier einen 50 Euro Gutschein. Wenn du den Code TECHNIK23 im Warenkorb anwendest, bekommst du nochmal 50 Euro abgezogen. Das heißt, du zahlst dann nur noch 1050 Euro für ein brandneues Galaxy S23 Ultra, was eigentlich 1400 Euro kostet. Du sparst dir also 350 Euro und das ist zwei Wochen nach Marktstart wirklich ein unschlagbares Angebot. Klar, wir wissen, die Preise fallen immer, aber dass es jetzt so schnell geht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich pack dir die Links zu allen Angeboten natürlich in die Videobeschreibung. Du brauchst dir auch bei Ebay keine Bedenken zu haben. Das ist ein Großhändler, bei dem habe ich auch schon Smartphones gekauft. Der hat über 200.000 Bewertungen, die alle positiv sind. Du kannst das Gerät auch 14 Tage testen und dann zurückgeben, falls du unzufrieden bist. Außerdem hast du immer noch den Ebay Käuferschutz. Das ist hier also alles seriös. Du brauchst keine Bedenken zu haben. Und das ist auch Neuware. Das ist kein gebrauchtes Handy. Die sind alle noch versiegelt. Auch die anderen Farben gibt es zur Auswahl. Hier hast du Grün, Cream und Violett. Hier ist also alles noch vorrätig. Allerdings solltest du dich trotzdem beeilen, wenn du eins der Handys willst. Denn es gibt nur eine begrenzte Stückzahl. Und gestern war zum Beispiel auch das Galaxy S23 noch im Angebot. Das gab es für 799 Euro. Das war auch ein Mega-Deal. Und das ist heute schon ausverkauft. Falls es aber wieder verfügbar ist, packe ich dir den Link dazu auch in die Beschreibung. Und ein weiteres Mega-Angebot, was ich dir zeigen wollte, sind die Tarife von sim.de. Denn hier bekommst du bis morgen zum 3.3.11 Uhr noch zwei saustarke Angebote. Zum einen gibt es hier 20 GB Allnet Flat. Also Flat Internet, Flat Telefonie und Flat SMS für 9,99 Euro im Monat. Das ist wirklich ein saustarkes Angebot. Normal bekommst du immer so viel Gigabyte, wie viel Euro du zahlst. Also das wären dann hier eigentlich 10 GB. Jetzt kriegst du aber hier 20 GB für 10 Euro. Das ist unschlagbar. Aber dieses Angebot hier ist auch krass. Du bekommst hier für 13,99 Euro 30 GB Allnet Flat. Also auch wieder Flat Internet, Flat Telefonie und Flat SMS. Das Besondere bei beiden Tarifen ist, du kannst zwischen einer 24-monatigen Laufzeit wählen. Dann zahlst du gar keine Bereitstellungsgebühr. Oder du wählst monatlich kündbar, dann zahlst du einmalig 20 Euro. Aber das war's. Es gibt sonst keine versteckten Kosten. Du zahlst monatlich nur den Betrag, der hier angegeben ist. Und das ist auch ein unglaublich starkes Angebot. Ich selber bin auch bei sim.de. Ich bin ja seit Jahren mega zufrieden. Ich kann es also wirklich nur empfehlen. Der Kundenservice ist top. Die Preis-Leistung ist unschlagbar und ich bin super zufrieden. Auch die Rufnummer-Mitnahme ist gar kein Problem. Du wählst dann einfach ein Bestellformular aus, dass du die alte Nummer mitnehmen willst und dann wird die portiert. Und du kannst dir die Angebote auch jetzt schon sichern, wenn du noch einen aktiven Vertrag hast. Ich zeige dir das ganz kurz. Du klickst dann hier einfach auf Bestellen. Hier wählst du dann deine aktuelle Rufnummer aus. Und dann kannst du hier das Vertragsende bestimmen. Und das geht wie gesagt bis zu 120 Tage im Voraus. Das wäre jetzt hier der 30. Juni 2023. Und so kannst du dir die Superkondition jetzt schon sichern. Zahlen tust du allerdings dann erst, wenn der Vertrag endet, also ab dem 30.06. So gehst du also auch kein Risiko ein, kannst dir aber jetzt schon diese unglaublichen Mega-Deals sichern. Beachte, diese Angebote gelten nur bis morgen 11 Uhr. Hier lohnt es sich auch schnell zu sein. Ich packe dir alle Links, die zu den Handys und zu den Handy-Tarifen in der Beschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du auch in Zukunft keine spannenden Handy-Deals verpasst. Folg mir gerne auf Social Media für mehr Wahnsinn und Behind-the-Scenes. Alle Links findest du in der Beschreibung. Jetzt kannst du hier links klicken, da kommst du zu einem Galaxy S23 Ultra Review. Oder klicke hier rechts, da kommst du zu einem Galaxy S23 Review. Na los, klick drauf. Es lohnt sich.